Wunderschönen guten Abend, der Tommy hier. Und zwar diesmal auch ganz alleine und auch in unbearbeiteter Version. Also so hört sich meine Stimme an, wenn der Christian da nicht nochmal seine audiokorrektiven Programme rüberrödeln lässt. Vielleicht ist es auch ganz annehmbar und wir können uns das in Zukunft klemmen. Können ja mal Feedback geben in der Hinsicht, ob diese ganzen, ja ich muss hier so mega viel arbeiten und machen und bearbeiten und was der Christian mir immer wieder verkaufen will. Ich glaube da ja nicht so ganz dran. Aber sei es drum, nur eine kleine Ankündigung. Zumindest ist es so geplant. Der Kanal Why Not wird dicht gemacht. Das habt ihr ja in der Überschrift dieser Mitteilung auch schon gesehen. Mit Why Not geht es aber weiter. Ich, alte Drama Queen, wollte nur mal ein bisschen gerade die Spannung hochtreiben. Also ihr müsst, wenn ihr Lust darauf habt, auf uns beide in eurem Leben in Zukunft erstmal nicht verzichten. Es ist nur so, dass der Kanal gestrikt wurde. An sich jetzt nicht das große Ding. Nur wir wollten diesen faschistwiden Kapitalisten nicht nachgeben. Und das Problem ist nämlich, dass wir jetzt nur noch Videos in der Länge von 15 Minuten hochladen dürften. Und da haben wir einfach keinen Bock drauf. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir einfach einen neuen Kanal. Also so ein bisschen das Hydra-Prinzip. Wenn sie einen Kopf abschlagen, dann kommen gleich zwei neue nach. Deswegen der neue Kanal jetzt Why Not, der Filmpodcast. Ich verlinke den dann auch in dem Video oder in dieser Ankündigung hier. Und wenn dieses Video erschienen ist, ist auf dem neuen Kanal auch schon die neueste Kritik. Es gab ja jetzt so einen Monat Pause oder sogar noch länger. Was demgeschuldet war, dass wir ein bisschen vorproduziert haben. Weil, ja, ist eigentlich egal. Wir haben einfach vorproduziert und deswegen jetzt nicht so viel rausgehauen. Aber in der nächsten Zeit kommt es jetzt wieder regelmäßiger. Und das erste Video wird dann Viktoria sein. Der deutsche Film von 2015. Und dabei wünsche ich euch dann schon mal viel Spaß. Dann noch eine zweite Ankündigung, wenn man so will. Und zwar, wir sind jetzt auch bei iTunes. Wir haben es wirklich in die Tat umgesetzt. Ihr könnt dann einfach Why Not mal reinhören. Äh, reinhören. Ihr könnt natürlich auch reinhören. Aber ich meinte Why Not reinhauen bei Podcasts und dann suchen. Und dann müsste unser Kanal eben auch dort erscheinen. Oder, ja, der Podcast eben, mein Gott. Ich wollte jetzt nicht so oft Podcast hintereinander erwähnen. Aber Podcast, Podcast, Podcast. So. Also, nochmal zusammengefasst. Auf diesem Kanal hier, Why Not, wird jetzt nichts mehr kommen. Wir lassen den natürlich noch offen, falls ihr die alten Sachen noch hören wollt. Aber der ganze neue geile Scheiß, den gibt es jetzt auf Why Not. Der Filmpodcast ist verlinkt in der Beschreibung. Und, ja, wer Bock hat, kann uns eben auch gerne auf iTunes dann abonnieren. Und sich da dann alles anhören. Und, ja, das war es dann eigentlich. Also, ändert sich nicht so viel. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle dann auch den neuen Kanal abonniert. Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst. Und dann hoffentlich sehen wir uns, ja, bei dem anderen YouTube-Kanal oder bei iTunes. Das war's schon. Schönen Tag noch. Bis dann.